Ernste Fragen an die Lehrenden, die Gottesdiener bekämpfen Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen, so ihr meine Diener bedrängt, ob ihrer geistigen Tätigkeit. Denn von mir haben sie den Auftrag, und so ihr sie angreifet, greifet ihr mich an. Sie führen nur den Auftrag ihres Herrn aus, also sind sie nicht verantwortlich für das, wessen ihr sie beschuldigt, dass sie euch die Wahrheit ins Gesicht sagen, die ihr nicht hören und noch viel weniger euren Mitmenschen zugeführt wissen wollet. Von euch fordere ich Rechenschaft über euer Tun und Denken, die ihr selbst als Verkünder der Wahrheit in der Welt anerkannt werden wollet und doch die reine Wahrheit anfeindet, die von mir ihren Ausgang hat. Lasset es euch selbst ernst sein um die Wahrheit und suchet zuerst selbst in ihren Besitz zu gelangen. Dann erst habt ihr das Recht, für die Wahrheit einzutreten und Träger von Irrlehren zu hindern an ihrer Tätigkeit. So ihr aber selbst belehrt werden müsstet und die Träger der Wahrheit unschädlich zu machen suchet, so ihr sie verfolget und anfeindet, richtet sich euer Wesen gegen mich und ihr ladet große Schuld auf euch, für die ich euch zur Verantwortung ziehe. Merket auf, so ihr im guten Glauben handelt, wie es in der Welt aussieht. Wo findet ihr den Liebegeist? Wo findet ihr innige Gottverbundenheit, überzeugten Glauben und wahren Nächstenliebe? Wo findet ihr Geisteswirken, d.h. Weisheit und klare Erkenntnis in geistigen Dingen? Wie erklärt ihr euch das große, leidvolle Geschehen in der Welt? Wie löset ihr das große Schöpfungsrätsel? Was wisset ihr von der Wesenheit Gottes, von seinem ewigen Heilsplan? Wer, anders als ich selbst, kann euch das Wissen darum vermitteln, durch meinen Geist? Und wo könnt ihr ein Geisteswirken feststellen? Beantwortet euch allen Ernstes diese Fragen und dann sprechet nicht jenen die Verbindung mit mir ab, die euch darüber Aufklärung geben können. Nehmet dankbaren Herzens entgegen, was ich euch biete aus der Höhe, um euch zur Erkenntnis zu verhelfen. Und so ihr zweifelt, dann prüfet. Aber verwerfet nicht ungeprüft. Denn wahrlich sage ich euch, ich schütze meine Diener und werde nicht dulden, dass von oben vermitteltes Geistesgut durch euch unwirksam gemacht wird, indem ihr zu verhindern sucht, dass es den Mitmenschen zugeleitet wird und die Überbringer meines Wortes bedroht und verfolgt. Was ihr ihnen nehmen wollet, werde ich ihnen wiedergeben und offensichtlich sollt ihr mein Wirken und meine Hilfe erkennen. Doch so ihr mir dienen wollet, so ihr meinen Willen erfüllen wollet, dann erwecket vorerst euren Geist zum Leben durch Liebeswirken. Dann erst habt ihr das Recht, zu urteilen und euch zum Richter aufzuwerfen über die, die falsche Lehren verbreiten oder als falsche Propheten auftreten. Dann erst werdet ihr selbst die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden wissen und mir rechte Diener sein auf Erden. Nimmermehr aber dann jene verurteilen, die euch nun als Wahrheitsträger gegenübertreten und euch meinen Willen kundtun. Unaufhaltsam drängt die Zeit ihrem Ende entgegen. Für diese Erde ist euch ein Ziel gesetzt und bald habt ihr den Zeitpunkt erreicht, wo eure Entwicklungsmöglichkeit auf Erden zu Ende ist. Lasset euch darüber aufklären, lebt nicht gedankenlos in den Tag hinein, damit rechnend, dass euch noch viel Zeit bleibt. Seid euch der großen Verantwortung bewusst, die ihr für eure eigene, wie auch für eurer Mitmenschen Seelen traget, so ihr die Zeit bis zum Ende recht nützet und stellt euch jeden Tag als den letzten vor. Dann werdet ihr eifrig eure Seelenreife zu erhöhen trachten, so ihr den Willen habt zum Guten, zu mir. Und dann werdet ihr nimmermehr so handeln und denken können, wie ihr es jetzt tut, wo ihr noch blind seid im Geist, so dass ihr nicht das Licht annehmen wollet, das euer Geistesdunkel durchbrechen würde. Nehmet meine Warnung und Mahnung ernst, auf dass ihr nicht dereinst bittere Reue empfindet, so es zu spät ist. Amen Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!